Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight auf dem Sumpf und irgendwer hat sich die Map gewünscht. Es könnte sein, dass es der Killer war. Oh, dann ist das wahrscheinlich verteufelter Boden und sie hat ihr Swoosh-Geräusch über die ganze Map. Aber ich sag mal, ich werd ja grad nicht gejagt und wenn der verteufelte Boden direkt am Anfang weg ist... Ich war's nicht! Irgendwo anders hat's zuerst geknallt und dann war meins... Oh, dann hat meins aufgehört zu brennen, kurz bevor es... Aber ich war's nicht. Das hat jemand anderes... ...zu verantworten. Jetzt ist die Frage, sollte man an den Generator gehen? Sie jagt wen anders. Ach, sch... Noch ist halt verteufelter Boden am Start. Blenden hat nicht funktioniert. Da ist noch ein Totem. Seit wann kann dort unten ein Totem sein? Ich hab geliehen. Ich hab geliehen. Du kannst es tun, Jack. Ja! Danke fürs Tanken. Okay, sie jagt ihn. Hä? Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber... Was soll's? Du sie immer... Sehr gut. Wenigstens eine Person arbeitet hier. Das war gemein. Das war gemein. Die hat nach hinten geschlagen. Das war doch schon an ihr vorbei. Wie oft kann sie swooshen? Gut. Wir haben einen Generator an. Die ist echt nicht schlecht. Die Spirits... Die kann was. Ich will mir auch einen, sie hat Barbecue. Ich geh mal weg hier. Ich glaub schon, dass der Killer sich die Web gewünscht hat. Weil... Hört ihr, wie laut wir Geräusche machen beim Laufen? Und ich hab gar nicht aufgepasst grad. Aber hat sie Strider mit? Da ich geliehene Zeit nicht auf 3 hab, kann ich das nicht so genau einschätzen. Und sie kämmt halt ernsthaft die Leute weg. Ah, wir rennen halt auch alle an der Check rum, ne? Ich wollte halt gern blenden. Und vielleicht retten. Oh, und die Strike? Oh! I tried! Die hat halt in die falsche Richtung geguckt. Ich hätte runtergehen müssen. Und von unten... Ja, heilst du mich nun, oder? Ich glaube, sie kommt hierher. Okay. Aber sie war in der Nähe. Was ich sagen wollte, aber hört ihr, wie laut wir hier patschen? Sie kommt wieder hierher. Scheiße. Ich kann das einfach nicht mit der Taschenlampe. Ich bin so ein richtiger Nu. Sie steht halt echt hier rum. Und kämmt die Leute weg. Wir hätten direkt Generatoren machen müssen. Wir haben jetzt die Runde, haben wir eigentlich so gut wie verloren. Die hat so viele Hooks jetzt schon. Ich mach mal ein bisschen den Generator. Ich guck mal, wenn hier sind noch ein paar Punkte. Aber es wird ein Lukenspiel. Wenn wir die letzte Überlebende sind, dann wird es ein Lukenspiel. Das hat sie direkt auch noch. Oh, 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 oh. Und sie kommt wieder hier runter Kann es sein, dass sie vielleicht auch Aber hat sie Wie heißt dieses Talent von Anna Ist es Raubtier Ich wollte dich heilen, aber okay Ist es Raubtier oder irgendwie sowas Dass sie angezeigt bekommt Wenn jemand in den Keller geht Oder Revierzwang Es gibt doch so ein komisches Talent Sie geht wieder auf den, der gleich tot ist So was finde ich Ein unfaires Spiel Wir haben erst einen Generator an Warum lässt die uns denn jetzt nicht mal Ein bisschen Luft Um irgendwie Hier bricht doch kein Zacken aus der Krone Wenn sie uns jetzt mal heilen lässt Naja Sie läuft hier links Sie hört uns halt rein so richtig mega gut laufen hier Auch wenn sie swooshed Ich gehe wirklich stark davon aus Dass das ein Killerwunsch war Mit der Map Ach shit Die hat extra abgewartet Und ich habe es noch gesehen Dass sie nicht rumkam Und bin trotzdem rüber gesprungen Manchmal fehlt mir noch dieses Gespür für schnelle Entscheidungen Also Das hört sich auch Spirit Lass mich doch in Ruhe Oh falsche Seite Hier ist keine Palette Das war doof Ich muss doch den Killer stunnen Oder blenden Egal Wir haben einen Stun Oh Total weird gelaufen Warum geht kein Generator an Was machst du denn Das hätte doch schon Ein Generator an sein können Sie hört mich Aber sie weiß nicht wo Oh Oh mein Gott Hey Bitte lass mich einfach Cool Droid Wir sind sie los geworden Ich kann aber Droid nicht mehr retten gehen Weil sie wird ihn wegkämpfen Wenn er hängt Vielleicht hält er aber auch lange durch Ich gehe jetzt hier hinten an den Generator Und versuche den Anzumachen Ach du heiliger Ist da hinten Wow Ich hab sie nicht weggehen sehen. Puh! Kacke. Keine Ahnung, wo der Luke ist. Mist! Nein! Puh! Hat sie mich rennen sehen? Hat sie mich einfach nur gehört? Ich hab nicht mal die Chance vom Haken zu kommen. Fing das erste Mal! Aber Dwight und ich, wir haben zu zweit noch recht lange durchgehalten. Wir haben noch zwei Generatoren anbekommen. Bunte Lobby auf jeden Fall. Sie hätte nöt gehabt. Wir haben auf jeden Fall alle tot ums Zweck. Barbecue-Tana war zu sehen und verteufelter Boden wussten wir auch. Eigentlich wussten wir alles. Also bis auf nöt, aber... Uiuiuiuiui. Also. War okay. Wir sind zwar nicht rausgekommen, aber... Ja, ist okay. Nächste Runde wird vielleicht besser. Man weiß es nicht. Ich bedanke mich aber bei euch fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Bleibt gesund. Und macht's gut! Und das ist jetzt gut! Genau. Gut! Gut! Untertitelung des ZDF, 2020